Bitcoin und Ethereum. Lass uns rüber gehen zu diesen schrecklichen Charts. Oh wow, Bitcoin hat eigentlich genau das gemacht, was ich vorher gesagt habe. Wir haben eine 70%-ige Chance, dass wir nach unten gehen und wir hatten eine 70%-ige Chance, den ganzen Weg, sogar als wir das gemacht haben, hatten wir immer noch eine 70%-ige Chance. Das Einzige, wie wir das umdrehen könnten, über die 70% ist, wenn wir hier hochgekommen wären und wir werden darüber reden und mehr in der heutigen Sendung. Und ich bin heute etwas neben der Spur, weil ich einen ganz schönen Kater habe. Ich fühle mich, als hätte ich eine Impfung bekommen. Aber eigentlich war es Tequila. Also ich fühle mich nicht hundertprozentig, also bitte entschuldigt mich dafür. Oh man, wisst ihr, das ist so traurig, dass wir short gehen müssen. Ich meine, so viele Leute würden jetzt gerne long gehen und sie wollen einen Long suchen. So viele Leute, die mir gezeigt haben, verschiedene bullische Szenarien. Und ich denke mir, nein, nein. Get real. Oh mein Gott. Also ja, wenn du in meiner Gruppe beitreten möchtest und auch Spaß haben möchtest. Wir hatten Spaß vor der Sendung, weil ich mache das live jeden Tag vor haufenweise Zuschauern. Und ihr könnt auch ein Teil davon sein. Und ihr könnt sehen, was ich trade, was ich kaufe und all diese guten Sachen. Geht rüber zu davincij15.com Und ich werde das genau hier setzen, den Link, davincij15.com Okay. Also, wenn ihr das traden wollt, dann könnt ihr rüber gehen zu femex.davincij15.com Und da bekommt ihr 1200 US-Dollar an Bonus. Also geht rüber zu Femex und schaut euch das an. Und denkt dran, alles was ihr hier sieht, ist kein finanzieller Rat. Also bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer hart verdientes Geld in den Markt investiert. Okay, also, wie ich schon gesagt habe, es gab einfach keine Hoffnung hier. Das war eine Schanze der verlorenen Hoffnungen-Träumen. Wir sind auf einer Skischanze nach unten, den ganzen Weg nach unten. Und diese ganze Formation ist eine bärische Formation, wie ihr sehen könnt. Es gibt m's überall. Also, wenn wir dieses größere m hier nehmen würden, wenn wir das einzeichnen, dieses größere m hier, und wir haben es durchbrochen an diesem Punkt und es ist zurückgekommen, ja, und hat dich ausgelöscht, aber wenn du das versucht hättest zu nehmen auf einem Ausbruch, wenn wir jetzt einen Short nehmen und sehen, wo das hingehen könnte, und höchstwahrscheinlich wird es uns einen Bereich zeigen, wo wir einen möglichen Bounce sehen könnten, wo Bitcoin abprallen könnte, also wenn wir das jetzt berechnen, von hier, hier runter, den ganzen Weg nach unten, dann könnte es abprallen, ja, ungefähr bei den 28.730, und dann prallen wir etwas ab, vielleicht bis zu dem 13. IMA, und dann versagen und weiter runterkommen. Aber zählt nicht darauf, überhaupt nicht. Und was wir machen sollten, und was wir uns ansehen sollten, ist ein A, B, ergibt C, D hier, den ganzen Weg runter, und wir sollten das größere m nehmen, leider, und ich möchte das nicht nehmen, aber wir müssen das nehmen, oder, nein, das ist zu groß, das ist zu groß, das A, B, ergibt C, D, also lasst uns das kleinere nehmen, lasst uns das machen, A, B, ergibt C, D, also von da nach da, und jetzt werden wir das klonen, lasst uns sehen, und dann werden wir das hier rüber nehmen, das hat nicht funktioniert, jetzt haben wir es, also das wäre das beste A, B, ergibt C, D, was wir haben, und ihr könnt sehen, dass das uns runterbringt, schau dir das an, oh mein Gott, ja, oh wow, wisst ihr, wo uns das hinbringt, für die, die die gestrige Sendung, nicht gesehen haben, lasst mich das euch nochmal zeigen, also, ihr habt einen freien Short hier, genau hier, absolut frei, ein Short, leider, musst du, es gibt sehr viel Risiko, auf diesen Short, das Risiko ist sehr hoch, weil, wiedermals, du musst deinen Stop Loss hier oben hinsetzen, ganz hier oben, weil das wäre der Ausbruchspunkt, also, du könntest höchstwahrscheinlich 50% von diesem Trade nehmen, dein Einstiegspunkt wäre genau hier, und das ist einfach nur wahnsinnig, wie das immer übereinstimmt, wisst ihr was, ich vermisse die Videos, die ich immer mit Chris mache, und ich wundere, ob Chris etwas Zeit hat, Videos mit mir zu machen, weil wir finden immer diese Übereinstimmung in den Charts zusammen, und da haben wir es, und wow, es ist sehr beängstigend, schau dir diesen Trade an, absolut perfekt, absolut perfekt, absolut, und es wird eine Weile dauern, bis das funktioniert, und dann macht ihr ein 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis, also das sind 11%, also das ist höher, als wenn du 10x machen würdest, also musst du etwas weniger nehmen, oder, du müsstest einfach weniger drauf wetten, von deinem Portfolio, um den Trade auszulösen, also ja, da hast du es, das ist was wir uns jetzt ansehen, wir sehen uns diesen Trade an den ganzen Weg runter, zu den 23.500 ungefähr, genau da, wo wir Profite nehmen würden, und einfach von dem Trade weglaufen, und das macht nicht Spaß, keiner will die abwärts bewegenden Märkte sehen, das ist wie es ist, okay, also lass uns rüber gehen, zu Ethereum, und das ist einfach nur ein Horror, ein Horror-Szenario, aber lass uns ein A, B, er gibt C, D machen, und lass uns erstmal die Charts hier etwas aufräumen, weil wir brauchen das alles nicht, diese verschiedenen Trendlinien, weil das ist schon längst vorbei, und sie kommen auch nicht zurück, okay, also, wenn wir ein A, B ergibt C, D einzeichnen, und wir das klonen, und dann bewegen wir das rüber, und dann könnt ihr sehen, wir gehen runter zu den 1.500, wow, okay, und das ist das Ziel, genau hier, von diesem M, und das ist ziemlich verrückt, wie das immer übereinstimmt, aber das ist, wie es ist, und dann natürlich, was wir dann machen können, wir können dann noch Extensions einzeichnen, um zu sehen, wie weit es möglicherweise gehen könnte, bevor wir einen Bounce sehen, den ganzen Weg runter zu 1.000 Dollar, warum musst du das machen, warum Ethereum, absolut brutal, brutal, und wir können versuchen, diese Extension zu nehmen, lasst uns sehen, ob das uns weniger Schmerzen gibt, da haben wir es, und das sagt 1.300, wäre eine Möglichkeit, und ja, also da sind unsere Möglichkeiten, nicht die schönsten, natürlich, und wir möchten nicht sehen, dass Ethereum so viel Wert verliert, aber das ist einfach, wie es ist, wir sind so hoch gegangen, mit Ethereum und Bitcoin, und wir sind einfach dafür bestimmt, uns zu korrigieren, und wir korrigieren uns, und wir müssen natürlich, durch diese Widerstandsbereiche brechen, aber diese Widerstandsbereiche, werden wahrscheinlich nicht halten, wie ihr sehen könnt, wir haben schon haufenweise, Widerstände durchbrochen, und wir müssen sie testen, bevor wir sie durchbrechen, und ihr könnt sehen, hier gibt es sehr viel Widerstand, das wird eine Weile dauern, bevor es eigentlich, diese Widerstandsbereiche bricht, und lasst uns die Dominanz ansehen, ist die Dominanz durchgebrochen, ja, die Dominanz bricht durch, durch unsere Trendlinie, nicht sehr gut, weil wir zu 52% wohl gehen werden, höchstwahrscheinlich, also wir werden einen längeren Bärenmarkt sehen, auf den Altcoins, also meine Altcoins, werden zerstört, in der nächsten Zeit, bevor wir dann sehen werden, dass sich das umdrehen wird, bei den Altcoins, leider, also das ist wie es ist, es ist ein trauriger Tag, in der Kryptowelt, aber wisst ihr, wir können nicht immer Sonnenschein, und Lollipops haben, manchmal müssen wir einfach, alles aufsaugen, und damit leben, was wir haben, und es macht nichts, Bitcoin geht nirgends wohin, Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier um zu bleiben, aber nicht heute, und ja, wir werden sehen, dass Bitcoin sich umdreht, und dann werden wir sehen, dass Bitcoin, zu neuen Höhen geht, aber die Party, kann nicht durchgängig, am Laufen sein, also wir müssen es einfach, gehen lassen, und es muss dahin gehen, wohin es gehen muss, und wenn es damit fertig ist, dann werden wir die Party, wieder anfangen, und ich freue mich darauf, und ich bin sicher, ihr auch, danke, dass ihr geschaut habt, und wir sehen uns morgen, und ciao.